Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr. In der ARD Audiothek. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Polen ist ja unser Nachbarland. Auf der einen Seite steht das Land für Aufbruch, Modernität und Wandel. Aber wisst ihr auch, dass in Polen ein extrem konservatives Frauenbild herrscht? Zum Beispiel gibt es hier eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze in Europa. Unsere Korrespondentin Christine Joachim wollte wissen, warum das so ist und ist deshalb für die neue Weltspiegel-Doku durch das ganze Land gereist. Wenn Abtreibung Männer betreffen würde, wäre das Thema längst erledigt. Ich bin gespannt auf Christines Eindrücke und Erlebnisse. Und ich spreche heute auch mit der polnischen Frauenrechtsaktivistin Justyna Wiczynska, die sich mit ihrer NGO Abortion Dream Team gegen die Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzt. Sie selbst hat einer Frau bei einem sicheren Schwangerschaftsabbruch geholfen und wurde dafür von einem polnischen Gericht verurteilt. Wie das genau verlief, das werde ich Sie gleich fragen. Also bleibt dran bei unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge Polens Frauen endlich gleichberechtigt? Vor einem Jahr hat Polen mit einer Rekordbeteiligung ein neues Parlament gewählt. Das war das Ende für die national-konservative PiS-Partei, die Frauen gerne in der traditionellen Rolle der Ehefrau und Mutter sah und übrigens die Stelle des Regierungsbeauftragten für die Gleichstellung von Frauen und Männern gleich mal gestrichen hatte. Die Position Polens im Ranking des EU-Gleichstellungsindex fiel zwischen 2010 und 2018 von Platz 15 auf Platz 24. Doch die neue Regierung vom Ministerpräsident Tusk hat große Versprechen gegeben. Da in Polen Abtreibung quasi verboten ist, hat sie die Legalisierung des Abtreibungsrechts zu einem ihrer wichtigsten Projekte gemacht. Das Pro-Europäische Bündnis hatte die Wahlen im vergangenen Oktober unter anderem mit dem Versprechen gewonnen, das Abtreibungsrecht zu liberalisieren. Christine Joachim, unsere Korrespondentin, ist durchs ganze Land gereist, weil sie einen Film über Frauen machen wollte, wie es um die Frauenrechte in Polen bestellt ist. Jetzt ist sie zurück in Warschau. Hallo Christine. Hallo Nathalie. Du hast ja für den Weltspiegel, der Weltspiegel-Doku gemacht und dein Film beginnt ja bei einer Militärausbildung für Frauen und da scheinen die Frauen ja schon ziemlich gleichberechtigt zu sein. Wobei ich auch noch gerne wissen wollte, ob es da jetzt einen Anstieg auch in den letzten Jahren gab oder hat die Armee überhaupt eine Gleichstellungsbeauftragte? Die Gleichstellungsbeauftragte der Regierung wurde ja unter der PiS-Partei abgeschafft und da wollte ich fragen, wie ist es denn beim Militär? Also sind die wirklich so gleichberechtigt? Es war tatsächlich keine Ausbildung jetzt nur für Frauen, sondern da konnten alle hinkommen ab 18, so vier Wochen lang im Sommer und haben sich da so eine Grundausbildung unterzogen, so ein Bootcamp. Und gleichberechtigt sind die insofern tatsächlich bei dieser Grundausbildung, da wurden keine Unterschiede gemacht. Ja, also da mussten die Frauen genau die gleichen Übungen machen, egal ob sie jetzt physisch eigentlich schwächer sind oder nicht. Sie wurden genauso angebrüllt von dem Kommandanten da, von dem Fähnrich. Ziemlich derbe auch. Also das war wirklich sehr interessant. Also wer mal wissen will, was da so los ist beim polnischen Militär, wobei ich glaube, das ist beim Deutschen nicht anders, der sollte das unbedingt anschauen. Es war sehr aufschlussreich. Also es sind bei dieser Gruppe jetzt, die wir begleitet haben, waren ungefähr 20 Prozent Frauen dabei. Also es waren 100 Leute, 20 davon waren Frauen. Und das ist ungefähr auch die Quote der Frauen im polnischen Militär insgesamt. Das hat sich total verändert. Also es sind in den letzten Jahren, wie glaube ich auch in anderen Ländern, gehen mehr Frauen zum Militär. Das hat hier in Polen auch, glaube ich, nochmal einen etwas anderen Hintergrund. Denn hier in der Bevölkerung fühlt man sich schon sehr bedroht durch den Krieg in der Ukraine, durch den von Russland geführten Krieg in der Ukraine. Das ist einfach ein direkter Nachbar. Und durch die Geschichte, die Polen mit Russland hat, sieht man die Bedrohung vom Osten. Also durchaus nochmal ganz anders als zum Beispiel in Deutschland. Und viele kennen auch das Thema Militär hier. Das gehört hier so ein bisschen mehr zum Alltag als in Deutschland. Es gibt auch in den Schulen so kleine Schießkurse. Da geht die Klasse dann mal an so einen Schießstand und darf jeder mal schießen. Das gehört hier mehr dazu. Gleichberechtigt sind die Frauen ansonsten im Militär. In den Führungspositionen sind es eben nicht so viele Frauen, wie es eigentlich der Anteil ist. Also 20 Prozent Frauen sind im Militär. Aber bei den Führungspositionen sind es nicht ganz so viele. Genaue Zahlen haben wir nicht bekommen. Die wollte uns keiner geben. Ich weiß auch nicht, warum. Aber man hat es dort gesehen in der Kaserne. Also ich habe, glaube ich, eine Frau gesehen, die einen höheren Rang hatte als die ganzen anderen vielen Männer, die da rumliefen. Gehen wir mal zu den Zivilisten über. Das Thema Schwangerschaftsabbruch, haben wir gerade schon auch kurz von dir gehört, ist ja hochpolitisch. Ministerpräsident Tusk hat sich ja für eine Liberalisierung eingesetzt. Denkst du, dass er deshalb auch die Wahl vor einem Jahr gewonnen hat? Ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt war bei diesen Wahlen. Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass vor den Wahlen sehr viele Frauen auf die Straße gegangen sind und für ein liberaleres Abtreibungsrecht demonstriert haben. Es ist ja erst 2020 gewesen. Es gab ja eh schon ein sehr rigides Recht. Und die PiS, also die rechtskonservative PiS, die Vorgängerregierung, hat ja das 2020 noch mal verschärfen lassen durchs Verfassungsgericht, was sie mit ihren Richtern besetzt hatte. Und das war, glaube ich, eins zu viel. Also da haben die Frauen dann wirklich gesagt, nee, das geht einfach nicht. Also es war quasi wie ein Totalverbot. Und Tusk hat mit seiner Partei dieses Thema zum Wahlkampfthema gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Er hat den Frauen versprochen, ich setze mich für ein liberales Abtreibungsrecht ein. Und das war das Thema, was die Frauen überhaupt erst mobilisiert hat, zur Wahl zu gehen. Es gab ja eine sehr hohe Wahlbeteiligung, fast 75 Prozent. Das war so hoch wie seit 1989, also seit den ersten freien Wahlen hier in Polen nicht mehr. Und der Großteil der Frauen hat eben die PiS abgewählt. Also ich sage jetzt nicht bewusst, nicht hat Donald Tusk gewählt, sondern hat die PiS abgewählt, hat eben sowohl die Partei von Tusk, aber auch die anderen Parteien gewählt, was dazu geführt hat, dass die PiS keine Mehrheit mehr hatte und dass jetzt diese Regierungskoalition aus den anderen drei Parteiengruppen gibt. Also das war schon ein wichtiger Punkt. Doch, kann man sagen. Er hat deswegen, beziehungsweise er und seine Koalition haben dadurch gewonnen. Und ein Jahr danach, was hat er erreicht? Ja, also bei dem Thema hat er wirklich nicht viel erreicht. Er hat eigentlich nichts erreicht, muss man ganz klar sagen. Also es gab ja erst Hoffnung. Es gab Anfang April eine Sitzung im polnischen Parlament, im Sejm, wo vier Gesetzesentwürfe für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts abgestimmt wurden. Die waren alle von den Regierungsparteien. Und die sind alle tatsächlich durchgegangen, durch die erste Lesung. Also es ist ein Novum gewesen. Denn bisher in den letzten Jahren gab es schon immer mal wieder Versuche, das zu liberalisieren. Aber alle Gesetzesentwürfe, die da eingebracht worden sind, immer sofort abgeschmettert worden. Und wir haben eine Politikerin ja auch in dem Film begleitet, Joanna Scheuring-Wielgus, eine Vorkämpferin, eine feministische Vorkämpferin für ein liberales Abtreibungsrecht. Die war ganz weit vorn, auch im Wahlkampf mit dem Thema von der Partei Die Linke. Und die haben wir begleitet für diesen Film, auch bei dieser Sitzung. Und die hat nach dieser Abstimmung das dann auch genau so bewertet. Es ist ein historischer Moment. Zum ersten Mal seit 30 Jahren schafft es einen Gesetzesvorschlag zur zweiten Lesung. Das Ding war nur, danach ist eben nichts mehr passiert. Die sind dann in die Ausschüsse gegangen, diese Gesetzesentwürfe. Und danach konnte sich die Regierung aber nicht mehr einigen. Also wie weit wollen sie denn gehen? Also diese Entwürfe waren alle sehr unterschiedlich. Sie hatten zwar irgendwie eine Liberalisierung alle im Kern drin. Aber wie weit man insgesamt gehen wollte, darauf konnten sich diese drei Parteiengruppen nicht einigen. Sodass am Ende jetzt gar nichts passiert ist. Es wird auch nichts mehr passieren. Donald Tusk hat das bereits deutlich gesagt. Er hat gesagt, wir werden bis zum Ende dieser Legislatur wahrscheinlich hier keine Änderungen durchbekommen. Weil es eben diesen einen Koalitionspartner gibt. Checha Droga heißt der dritte Weg. Nicht zu verwechseln mit dem dritten Weg in Deutschland. Aber eine sehr, eine liberal-christliche Partei, die da sehr rigide ist und sich einfach nicht durchringen konnte, da weiterzugehen als ein Referendum in Polen durchzuführen, was aber alle anderen Parteien nicht wollten. So ist der Stand. Deswegen passiert gar nichts. Sag mal, die momentane Gesetzeslage, wie sieht die aus? Also ich bin eine Frau, bin schwanger im zweiten Monat, wurde nicht vergewaltigt, möchte aber dieses Kind nicht. Dann kannst du leider nichts machen. Es ist tatsächlich nur so, nur in dem Fall, dass du, wenn du eben vergewaltigt wärst oder wenn das Kind das Resultat von Inzest wäre oder wenn dein Leben, also das Leben der Mutter bedroht ist durch diese Schwangerschaft. Nur dann kann man abtreiben. Das führt aber auch dazu, dass viele Ärzte hier in Polen sagen, ja, selbst wenn das Leben der Mutter bedroht ist, ja, aber ich treibe trotzdem nicht ab, weil der Fötus ist ja eigentlich, ich darf den eigentlich nicht abtreiben und vielleicht können wir die Frau ja doch irgendwie noch retten. Und die sind so eingeschüchtert von dieser Gesetzeslage, weil ihnen droht im Zweifel drei Jahre Haft, wenn sie einer Frau bei der Abtreibung helfen, dass sie es gar nicht machen. Es gab ja auch die Fälle, dass schon Frauen hier gestorben sind im Krankenhaus, weil ihnen keine Abtreibung durchgeführt wurde. Also du kannst eigentlich nichts machen. Die meisten Frauen, wenn sie es früh genug merken, versuchen sich irgendwie die Abtreibungspille zu besorgen über irgendwelche Organisationen, die es mittlerweile gibt. Abortion Dream Team zum Beispiel heißen die, die kann man kontaktieren und die helfen einem dann dabei, so eine Pille zu besorgen. Was auch nicht ganz ohne... Mit denen sprechen wir auch später noch im Podcast. Ah ja, super, genau. Und ansonsten gehen viele Frauen, wenn sie es sich leisten können, ins Ausland und lassen es da machen. Sag mal, warum ist das Frauenbild in Polen eigentlich so konservativ? Ich habe gelesen, dass im Jahr 1956 das Recht auf Schwangerschaftsabbruch eingeführt wurde. Das ist extrem früh. Und Polen hatte damals ein so liberales Gesetz, dass es sogar Anlass für Abtreibungstourismus aus Schweden wurde. Also wieso haben sich die Narrative so drastisch verändert? Das hat was damit zu tun, dass das war eigentlich schlussendlich ein Widerstand gegen den Kommunismus. Also es begann ja so in den 80er Jahren, dass sich dieser Widerstand in Polen formierte. Und die katholische Kirche war da ein wichtiges Element. Also sie war schon auch in der Zeit, auch in der kommunistischen Zeit sehr mächtig. Und sie hat sozusagen ihre Unterstützung für die Oppositionsbewegung, also für diese Solidarność, diese Gewerkschaftsbewegung mit Le Revolence an der Spitze, die hat diese Unterstützung abhängig gemacht von einem Abtreibungsverbot. Also sie haben gesagt, wenn wir euch unterstützen sollen mit unserem Einfluss in der Gesellschaft, dann müsst ihr uns versprechen, dass es ein Abtreibungsverbot gibt, solltet ihr dann in der Regierung sein. Also Freiheit für Einschränkungen. Genau. Und so kam es dann auch. Ja, und das war dann tatsächlich so, dass nach dem Machtwechsel 1993 dann dieses sehr restriktive Abtreibungsrecht beschlossen wurde. und es seitdem gilt und eben 2020 sogar noch mal verschärft wurde. Es ist halt de facto so, dass die Frau, also durch die katholische Kirche, die wird nicht als Individuum gesehen, die für sich selbst entscheiden kann, was mit ihrem Körper geschieht. Sondern Frauen sollten ja auch, das hat ja auch die Kirche durchgesetzt, nicht mehr arbeiten gehen müssen. Sie dürfen jetzt endlich sich um die Familie kümmern. Sie dürfen zu Hause bleiben, die Kinder erziehen. Das war das Bild, was die katholische Kirche durchsetzen wollte. Und natürlich möglichst viele Kinder. Also Abtreibung ist klar, ist kein Thema. Wir haben bei diesem ganzen Thema, wie die Frau gesehen wird, dieses konservative Frauenbild, dazu haben wir in dem Film eine Autorin, Rapperin getroffen, die hier in Polen sehr bekannt ist, auch eigentlich außerhalb von Polen, Dorota Masłowska heißt die, die ist so eine sehr gute Beobachterin der polnischen Gesellschaften. Die hat das total gut zusammengefasst, wie die Frau hier in Polen gesehen wird. Der Körper der Frau ist eine Art kollektives Eigentum. Das bedeutet, dass ihr Körper und ihr Leben nicht ganz allein ihr gehören. Sie sind das gemeinsame Eigentum der ganzen Nation. Christian, letzte Frage. Ich meine, konservative Stimmen, wie in deinem Film, gibt es auch in Deutschland. Wo siehst du einen Unterschied? Wenn du in Deutschland sagst, du bist Feministin, löst das ja auch nicht gerade bei allen ein Hurra aus. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das Wort Feministin hier noch viel, viel mehr als ein Kampfbegriff gesehen wird. Also es gibt hier einfach noch viele Regionen, viele Gegenden, natürlich vor allem auf dem Land, aber auch in Städten weiter im Osten Polens. Da verbinden die Leute mit Feministin wirklich so eine Hexe, eine Verrückte. Wenn du das sagst, du bist Feministin, dann bist du raus. Da brauchst du gar nicht weiterreden. Also dann ist keine Diskussion oder Unterhaltung mehr möglich. Also dann ist man einfach sozusagen abgeschrieben. Also das ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen anders. Also wir haben natürlich auch hier in den großen Städten in Warschau, da sagen die Frauen das natürlich ganz offen. Aber ich glaube, der Anteil in der Bevölkerung, für den dieses Wort tatsächlich ein Schimpfwort ist, der ist hier wesentlich größer. Und das hat einfach mit dem Einfluss der katholischen Kirche zu tun. Wow. Ja, also wir sprechen ja jetzt auch gleich mit einer, die sehr angefeindet wird. Ich bedanke mich bei dir und all deine Eindrücke. Und für alle, die auch die Weltspiegel-Doku Polens Frauen endlich gleichberechtigt sehen wollen, ihr findet den Film in der ARD-Mediathek. Den Link gibt es in den Shownotes. Danke dir, Christine. Danke euch. Wir haben es ja gerade gehört, zur Gleichberechtigung von Frauen gehört eben auch dazu, dass sie selbst über ihren Körper bestimmen dürfen. Und dazu gehört auch zu entscheiden, wenn man schwanger ist, ob man das Kind behalten will oder nicht. Justyna Wijinska ist Mitbegründerin von Abortion Dream Team. Allein schon dieser Name bringt wahrscheinlich viele konservativ Denkende in Polen auf die Palme. Ich werde das Interview jetzt auf Englisch führen. Justyna Wijinska, schön, dass Sie für uns Zeit haben. Aber you work as an activist for abortion dream team. Beschreiben Sie, was ist genau Ihr Ziel? What is your goal? Unser Ziel ist es vor allem, alle Menschen zu unterstützen, die Zugang zu einer Abtreibung brauchen. Und mit der Unterstützung meinen wir nicht nur die Bereitstellung von Informationen darüber, wie man im Land auf sichere Weise eine Abtreibung durchführt oder wie man in andere Länder kommt, sondern auch, dass wenn sich Menschen für die Abtreibungspille entscheiden, wissen, dass es eine sehr sichere Methode ist, die sie selbst anwenden können. Wir unterstützen sie und geben ihnen das Gefühl, dass sie nicht allein sind und dass ein Schwangerschaftsabbruch zu Hause sehr normal und sehr sicher ist. Das ist also das Erste, was wir tun. Und das Wichtigste ist für uns, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch brauchen. Wie kam es dazu, dass Sie eine Frauenrechtsaktivistin geworden sind? Alles begann mit meiner eigenen Abtreibung im Jahr 2006. Ich fühlte mich damals sehr, sehr alleine und ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte, um zu erfahren, wie eine Abtreibung wirklich aussah. Ich wollte Abtreibungspillen verwenden, denn ich hatte nicht genug Geld, um ins Ausland zu reisen. Also habe ich alles alleine gemacht und fühlte mich wirklich allein und verängstigt. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wir Frauen es nicht verdienen, uns so zu fühlen. Wir brauchen die beste Unterstützung von Leuten, die das wissen und die Erfahrung haben. Damit meine ich nicht unbedingt Ärzte. Ärzte können, wie andere Menschen auch, gegen eine solche Entscheidung sein. Deshalb wollte ich von Menschen umgeben sein, denen es genauso ging wie mir. Also habe ich mich entschieden, meine Geschichte zu erzählen. Und als ich dann anfing zu erzählen, wie ich zu Hause mit Kindern einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt habe, wurde mir klar, dass es so viele Frauen gibt wie mich. Und dann begann das Ganze. Ich hatte nie vor, eine Aktivistin zu werden. Mein Plan für mein Leben war, ein Haus, einen Ehemann, Kinder und einen Hund zu haben und ein normales Leben zu führen. Und nicht eine Person zu werden, die in der Öffentlichkeit steht. Und dann traf ich Kinka und Natalia. 2016 haben wir angefangen, in Polen herumzureisen, um eine Art Treffen über Abtreibung ohne Tabus zu veranstalten. Wir nannten es How to do Abortion at Home. Und einer der Journalisten nannte uns Abortion Dream Team. Und wir haben gemerkt, dass dieser Name sehr einprägsam ist. Und dann haben wir angefangen, ihn zu benutzen. Am Anfang waren wir auf Tour und wollten einfach offene Treffen organisieren. Und dann hat es sich immer weiterentwickelt. Justyna, im Mai 2021 erhob die polnische Staatsanwaltschaft Anklage gegen Sie wegen Hilfe bei der Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs. Im März 2023 wurden Sie für schuldig befunden. Was haben Sie in dem Moment gefühlt? Und was ist jetzt der Stand der Dinge? Es begann im Februar 2020, zu Beginn der Pandemie, als mich ein Kollege von unserem Netzwerk Abtreibungen ohne Grenzen, das Menschen aus verschiedenen Ländern, auch aus Polen, hilft, für eine Abtreibung in andere Länder zu reisen, anrief. Er sagte, dass sie in Kontakt mit einer Person stehen, die nach Deutschland reisen wollte. Aber sie wurde von ihrem Mann bedroht, dass, wenn sie in eine deutsche Klinik für eine Abtreibung reist und sie ihr ein paar Jahre altes Kind mitnehmen würde, er sie bei der Polizei wegen Entführung anzeigen würde. Er erlaube ihr nicht, mit dem Kind in ein anderes Land zu reisen. Die Frau hatte Angst und erzählte der Organisation, dass sie kontrolliert wird. Ihr Partner kontrollierte ihre E-Mails, ihr Telefon und einfach alles. Und dies ohne ihre Zustimmung. Als ich die Geschichte hörte, wusste ich, wie sie sich fühlte, da ich selbst eine gewalttätige Beziehung mit meinem Partner durchgemacht hatte. Ich weiß also, was es bedeutet, wenn dein Telefon kontrolliert wird, deine Mailbox kontrolliert wird. Das geht viel tiefer. Also habe ich beschlossen, dass ich die Pillen, die ich für meinen eigenen Gebrauch habe, an sie schicke. Doch ihr Partner hat dann irgendwie davon erfahren. Und als sie die Pillen bei einer Post abholte, rief er die Polizei an, die dann bereits auf sie wartete, als sie nach Hause kam. So haben sie mich und sie erwischt und sie wie eine Kriminelle behandelt. In Polen verstößt man mit einer solchen Abtreibung nicht gegen das polnische Gesetz. Man macht nichts falsch. Man wird deswegen nicht verfolgt. Es war alles sehr seltsam. Auf dem Umschlag der Pillen stand meine Telefonnummer. So sind sie an meine Daten gekommen. Das war im Februar 2020. Die Untersuchungen liefen über ein Jahr. Im Jahr 2021 kamen sie dann zu mir nach Hause und durchsuchten das Haus. Sie suchten nach Pillenpackungen, die ich nicht hatte, weil ich ja keine Pillen verkaufe. Ich berate die Leute nur, wie sie sie verwenden sollen. Die einzige Packung, meine, nahmen sie mir weg. Und sie nahmen auch alle Computer mit. Nicht nur meinen, sondern auch die meiner Kinder. Im Januar erhielt ich eine Nachricht vom Gericht, dass der Prozess in drei Monaten beginnen würde. Und als der Prozess im April begann, hatten wir glücklicherweise sieben Anhörungen. Zum Glück in Anführungszeichen natürlich. Das Urteil kam im März 2023, also vor mehr als einem Jahr. Und es lautete acht Monate Sozialdienst. Ich müsste also 30 Stunden im Monat arbeiten, was ich im Moment nicht tue, weil wir in Berufung gehen und ich auf den Termin vor dem Berufungsgericht warte. Was haben Sie in dem Moment gefühlt? Hatten Sie eher Angst oder waren Sie überrascht? Es war nur ein Zufall. Wirklich ein Zufall, dass uns jemand gemeldet hat. Es war das erste Mal, dass ich die Pillen verschickt habe. Und dann passierte es. Wenn man in einem Land wie Polen lebt, kennt man das Risiko. Ich wusste also, dass mich jemand anzeigen konnte. Ich hatte also keine Angst vor so einer Situation. Ich hatte Angst, weil ich der Anti-Abtreibungsregierung gegenüberstand. Vor der Regierung, die all ihre Macht nutzen wird, um der gesamten Gesellschaft zu zeigen, ihr habt zu schweigen und schließlich an mir ein Exempel statuieren will, wie der polnische Staat solche Frauen behandeln wird. Ich hatte wirklich große Angst vor einer Gefängnisstrafe, weil das war möglich. Es ist beängstigend. Aber bei dieser Art von Angst geht es nicht um das, was ich getan habe, sondern um die Konfrontation mit der gesamten Maschinerie des Systems, der Macht einer Regierung, den Männern in dieser Regierung. Wie reagiert die Öffentlichkeit auf Ihre Arbeit? Spüren Sie auch Anfeindungen? Am Anfang, als die Anschuldigungen aufkamen, war das ziemlich viel. Die Medien hatten mich zu einer Verkäuferin von Abtreibungspillen gemacht. Sie haben mich zu einer Person gemacht, die Geld mit Abtreibungen verdient. Das war natürlich nicht wahr. Aber als ich das erste Interview kurz vor der ersten Anhörung gab, begannen sich die Kommentare zu ändern, weil es um die Geschichte einer Person ging, die in einer gewalttätigen Beziehung lebte, die einer anderen Person half, die sich in der gleichen Situation befand. Also habe ich erzählt, dass ich in dieser gewalttätigen Beziehung lebte. Ich wurde von meinem Mann körperlich und geistig misshandelt. Ich wollte zeigen, dass es keine Schande ist, über solche Dinge zu sprechen. Ich bin nicht einfach eine Abtreibungsaktivistin, sondern es gibt eine Person, eine Mutter, eine Geschichte dahinter. Und von Anhörung zu Anhörung wurde die Unterstützung größer. Für mich war es wie ein Beweis dafür, dass die Menschen ihre Meinung darüber geändert haben, wie wir Menschen, die eine Abtreibung machen wollen, unterstützen sollten in Polen. Und meine letzte Frage, was hat sich Ihrer Meinung nach geändert, seit die neue Regierung an der Macht ist? Das wird eine sehr kurze Antwort. Und die Antwort ist nichts. Es hat sich nichts geändert. Wir leben im selben Land und unterliegen denselben Gesetzen. Wir leben unter den gleichen Bedingungen. Das Problem ist, dass wir den Feind vor Oktober letzten Jahres kannten. Wir wussten, dass der Hauptfeind die polnische Anti-Abtreibungsregierung ist. Aber im Moment wissen wir nicht, wer der Feind ist. Aber im Moment wissen wir nicht, wer der Feind ist. Wow, das ist frustrierend. Yes, Dana, thank you so much for your work. Thank you that you were telling us your story and all the best for the future. Thank you very much. Have a good day. Thank you. So, und jetzt habe ich für euch zum Schluss noch einen Tipp für einen anderen spannenden Podcast. Der heißt .eu und ist für alle, die mehr von der Europapolitik verstehen wollen. Jeden Freitag gibt es eine frische Folge mit Host Katrin Schmidt, die Hintergründe zu einem Top-Thema in der EU liefert. Diesmal Europas Abschiebe-Fantasien. Schaffen wir das? Italien lässt ja Asylverfahren nun in Albanien stattfinden und beflügelt damit europaweit Ideen, was denn sonst noch so alles gehen könnte. Welche Ziele damit verfolgt werden und was davon wirklich umzusetzen ist, hört ihr in der neuen Folge .eu. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Und das war es von uns, liebe Zuhörende. Aufgezeichnet haben wir am 17. Oktober 2024. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital.ard.de Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch, Julia Schuster und Nils Kopp. Produziert hat Anja Beusterin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020